Trauer auf dem Walk of Fame in Hollywood um die aus der Krimi-Fernsehserie Mord ist ihr Hobby bekannte Schauspielerin Angela Lansbury. Die aus Großbritannien stammende Darstellerin ist im Alter von 96 Jahren in Los Angeles gestorben. Die Schauspielerin, die 2013 einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk erhielt, wäre am Sonntag 97 Jahre alt geworden. Ich habe sie zweimal getroffen und sie war ein unglaublicher Mensch. Sie nahm sich immer Zeit, wenigstens um Hallo und Danke zu sagen. Sie war nie arrogant und hat nie gesagt, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Nicht viele Schauspieler sind so, sie war unglaublich. Sie war eine gute Schauspielerin, eine der Besten, so wie Bette Davis. Sie war eine Hollywood-Ikone. Die 1925 in London geborene Lansbury spielte in Dutzenden Kino- und Fernsehfilmen mit, darunter Tod auf dem Nil und das Bildnis des Dorian Gray. Sie hatte auch am Broadway großen Erfolg. Am bekanntesten ist sie aber für ihre Rolle in Mord ist ihr Hobby, eine Krimiserie, die in den USA zwischen 1984 und 1996 lief.